So, das sind die Schuhe von Vegetarianen Schuhen, Modell Billing, made in Italy und Vibram Sohle. Das ist ein lederfreier Schuh, das ist ein Fake-Suit-Leder und ist normal in einem Grau und ich habe jetzt da schwarze Schuhcreme genommen und die ein bisschen dunkler gefärbt, also die sieht dann auch gleich besser aus, finde ich. Kann man auch mit braunen Lederpflege machen. Ja, und ist mit einer Membran drin. Ja, Einlegesohlen habe ich meine Leder reingemacht, weil allgemein von den Schuhherstellern die Einlegesohlen eigentlich nicht so ganz toll sind. Und ja, der macht eigentlich einen guten Eindruck, also das fühlt sich auch echt an wie Leder. Ist auch sehr robust, aber das sehe ich ja dann auf den nächsten Touren. Ja, hallo nochmal. Ich wollte mal ein kleines Fazit zu den Schuhen. Das sind die Vegetarianen Schuhe. Billing sind das. Und ja, ich muss sagen, richtig bequem. Ich habe keine Blase oder irgendwas drückt. Einlaufen gleich null. Also richtig bequem, auch über Steine. Man merkt nicht, wenn man über Felsen geht. Also bis jetzt ist ein guter Schuh. Auch stabil durch Dornen gelaufen. Also da ist nichts dran am Obermaterial oder sonst irgendwas. Also bis jetzt top. Aber ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten. Danke fürs Reinschauen. Tschüss. Tschüss.